Red Faction Da oben aber ich glaube wir haben es eingesammelt Ja haben wir Da ist auch noch was Hier können wir nicht hin Okay Das hier bringt auch nichts So ist schon Okay 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 So Ist hier noch irgendwas Geh rauf Ist hier was versteckt Nö ne Nö ist nix Dann gehen wir hier hin Und was ist denn hier los Meine Nase juckt Das sind hier Das ist der Staub in der Höhle Wahrscheinlich Oh Ja genau Ich hab gar nicht zugehört Ich war gerade so abgelenkt Hier ist was zum in die Luft jagen Ich glaube wir sollten das vielleicht von oben in die Luft jagen Dann sieht das vielleicht einfach besser aus Das hat sie jetzt nicht so gebracht oder Jetzt schon Was müssen wir denn hier machen Jo ich schieße die doch jetzt nicht ab alter Ja nur wie Freunde wie Kraftfeld ausschalten Ah hier Da vorne war Muni Hier sitzt ein Toter What is los Jetzt sag mir nicht Ich hab die gerade kaputt gemacht Hier ist was was ich reparieren muss Okay Nummer 1 Oh Monster Hau ab jetzt Was Wie das hat nicht getroffen Ich hab keine Munition Wie Wie kann das sein Nein Scheiß Magnetgewehr Komm hier nimmst du das Was Was Abflug Ich brauche Munition So Abflug Shit Ich bin fast tot Und tschüss Arschkrampe Wo ist er denn jetzt hingejumpt Weg Reparieren Bob der Baumeister Like Bats Junge No Ich bin fast tot Scheiße Wieso können die überhaupt Sachen abschießen Die sind doch keine Power Ranger Verdammter Scheiße Kurz campen Raus gehen Junge Du wagst es doch nicht etwa Mich zu schlagen Oh wieso spawnen denn auch noch neue Ich mein Können nicht einfach mal von mir Leute spawnen Das wäre auch nett Da oben Ey die haben schon wieder Die machen die Teile wieder kaputt Wollt ihr mich verarschen Verarschen Wollt ihr mich verarschen Was ist denn da los Moment Dann Nein falsche Waffe Oder ich habe das gerade kaputt gemacht Das kann Vielleicht auch Sein Jetzt habe ich doch Nein Habe ich nicht Scheiße Schnell das nochmal reparieren Warum Sind die denn jetzt nicht komplett Kotzt mich gerade richtig an Boah Junge Verpiss dich Komm her jetzt Alter Was muss ich denn da bitte noch alles reparieren Ist doch Quatsch Ja wahrscheinlich Jetzt ist die Treppe im Arsch Und Ich kann es nicht machen Mann Danke sehr Kraftfeld ausschalten Geh weg Du lässt das Ding in Ruhe Abflug Kollege Spinnen doch die Dinger Nein Oh Naja Da war der Kopf vielleicht ein bisschen ab Würde ich mal behaupten Abflug kriegst erstmal Druckwelle ins die Gesicht Dann würde ich gerne hier die Munition haben Danke sehr Weil jetzt kann ich nämlich hingehen und Kann dem ganz gediegen ein paar Granaten am Kopf werfen Ich hätte auch einfach ans Geschütz gehen können Dann werfen wir den mal eben zurück Lassen detonieren So Und tschüss Ha du Made Gar keine Chance gehabt Oh da sind noch mehr Sachen Abflug Scheiße Keine Muni Ah die haben ja dieses Kraftfeld noch immer Dieses Riesending So Komm Ein Schuss noch Abflug Jetzt könnt ihr schon mal mir ganz gediegen Ne Fröhlich So Ist der tot? Ja der ist tot Ist denn Warum treffe ich den nicht? So Da vorne war noch Barschrott Den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen Munition sollten wir auch jetzt mitnehmen Wäre vielleicht ganz praktisch Das liegt hier Brennende Tonne Okay Äh hier ist noch mehr Barschrott Ist hier was drin Munition Können wir natürlich auch sehr gut gebrauchen Muss man ja doch sagen Hier ist noch überall Barschrott Hier ist was zum Reparieren Was ist das denn An der Station Okay Gucken wir mal Wir können uns nämlich wieder verbessern Und ich würde direkt erstmal sagen Mehr Gesundheit Mehr Gesundheit ist immer gut Weil Wir haben ja gesehen Wie schnell ich eben Verwundet wurde So Checkpoint erreicht Loser Zurück zur Bastion Ja Ist wahrscheinlich leichter gesagt Als getan Irgendwie wird es hier auch Die ganze Zeit voll dunkel Ich muss jetzt echt hier dem Weg folgen Ist das widerlich Anstatt dass es irgendwie So einen Zweitweg gibt An dem ich vorbeikann Nö Du läufst jetzt einfach Den ganzen Scheißweg Nochmal zurück Und Hat das jetzt irgendjemanden gewundert Ich glaube eher nicht Oder Und im Arsch Die Scheiß Schutzschildkraft Wo sind sie denn Abflug Was willst du eigentlich Kollege Ach Gottchen Wie viele Das ist doch Unnormal Aber Man muss auch sagen Damit Überdecken die Auch nicht die Dummheit Von den Gegnern Also Ich meine Die sind echt schon Krasses Kanonenfutter Jetzt kommen da wieder Welche Kann es sein Dass die so lange Spawn Bis ich weitergehe Ich mach das Einfach mal Muss ich überhaupt Lang gehen Da Okay ich hab jemanden getroffen Folgt mir ruhig Folgt mir ruhig Na Wollen sie nicht Hier sind auch wieder Meine Leute Jawoll Was denn Was denn Der will mich abziehen Okay Geh mal kaputt Du Ding Was ist denn los Mit dir Ja Boah geil Die Waffe Die Waffe Die Waffe ist ja wohl Pure Scheiße So Jetzt aber Ich hab mir mein Keine Muni Wartet Ich glaub die füllt sich doch auf Wenn ich hier dran gehe Oder Ja Könnt ihr euch nicht mal Alle hintereinander stellen Dann mach ich eine Druckwelle Und ihr seid Alle Geschichte Das wär doch mal was Tschüss Gott kotzt Niemlich an Könnt ihr es wagen Schnell hier rein Komm Ab dafür Hammerhart Komm die noch an Und greifen mich Bis zur Basis Wann Du denkst Die Red Facts Und Truppen Sind Starving Und Thirsty Hell no Sie haben Rationen Die werden seit Jahren Das sollte es Der Defense Grid In ein paar Minuten Great Crisis averted Kein Die Bugs Überwellen diese Guns Wir haben andere Probleme Die Füße wird kritisch Das Wasser ist weg Zwei Tage Die Bugs Die Bugs Die Bugs Wir haben sie nicht schnell Wir haben eine Räume Auf unsere Hände Sie sehen ugly Okay Mal sehen Was ich tun Bei den Bugs Ich bin auch Der Mann Für alles Oder Also Einfach mal So hingehen Ja Weißt du Komm Wir haben Da ein Problem Weißt du Hier Klemmt Locos Kannst du vielleicht Da auch Nochmal Helfen Ja Ja Klar Mach ich Ich repariere Dir alles Ob der Eigentlich auch Organ Ich weiß gar nicht Wurde das gesagt Ob man auch Organische Sachen Herstellen kann So einfach so Fehlende Niere Bart Machst du den hier Jesus Jesus Hand Und so Weißt du Schuhe mir noch Kurz die Money Und starte das Einfach weil Wir kriegen ja Diesen Erfolg Dafür Ähm Ich gehe noch mal Kurz hier dran Gucken Was nehme ich mit Ich glaube ich bleibe bei dem Was ich dabei habe Das ist eigentlich recht gut Dann gehe ich hier mal Noch rauf Oder auch nicht Dann gehe ich nicht Darauf und hole mir das Einfach so Oh Und Sag Ha Wieder was zum kaputt machen Eigentlich sind das doch Die Stromleitungen Von den Leuten Oder Vielleicht sollten wir Die nicht kaputt machen Hier sind wieder Gegner Ich finde das schön Wir können einfach so Auf die zulaufen So Eine neue Waffe Nanogewehr Aha Jetzt haben wir Dieses Gewehr gefunden Das die Gegner so Oder die Wände so Zersetzt Das ist ganz geil Das macht so weit Ich weiß auch immer One Hit bei den Gegnern Bei denen jetzt Jedenfalls Aber okay Ich werde jetzt erstmal Speichern Ähm Ja hier Speichern Vielleicht auch auf dem Autospeicherplatz Sollten wir vielleicht Auch mal machen Ach können wir gar nicht Okay Dann würde ich sagen Haut rein Und bis zum nächsten Part Bis dahin Klick jetzt auf den Fernseher Um mein letztes Video zu sehen